herzlich willkommen zu einem neuen video heute stelle ich euch mal wieder ein etwas besonderes auto vor ich verrate euch noch nicht was da für motor verbaut ist als allererstes fangen waren mit jan erst mal schön das auto vorstellen dürfen der eine hat ihn vielleicht schon mal im hintergrund bei ng erkannt in dem motorsports wo die köpfe immer gefräst werden da bist du auch noch gar nicht so lange zehn monate wären es jetzt krass hätte ich sogar doch gedacht noch länger sogar schon der zu anderthalb jahre ungefähr gedacht dritte achte letzten jahres zehn monate okay und irgendwann durch zufall kam raus dass du so einen krassen t3 bus besitzt schraubst und fährst genau ja wo fangen wir an ich vermute mal dass da schon einige stunden und jahre reingegangen sind erste frage standardfrage wie lange hast du über vier jahre ich muss jetzt zum ersten mal zum tüv also zwei jahre fahrigen jetzt abgenommen als eingetragen getürzt ja und ich muss jetzt im abrl april wieder zum tüv bauzeit ungefähr angefangen haben wir dann zwei jahre vorher wobei nicht immer voll durchgezogen mehr das wird noch interessant heute weil ganz viele bei mir auf dem channel denken immer so ich vermute mal auch leider das sind so die jüngeren unter uns die einfach noch nicht so viel geschraubt haben egal was ich mache es muss ja gleich illegal sein was ja aber vollkommen quatsch ist wie heute auf jeden fall auch sehen werdet weil selbst hier ist tatsächlich der motor immer eingetragen genau alles also das ist mir auch wichtig weil hier wirklich das war von vornherein klar dass da richtig viel pulver reingeht es ist nicht so dass ich den verkaufen will oder irgendwann mal verkaufen will aber wenn ich in etwas so viel geld stecke das muss hand und fuß haben und hier ist durchweg alles eingetragen ist ja auch eigentlich der der schritt der fürs tuning auch immer der vernünftige vorzeigeschritt ist nicht schnell 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 billig 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 hauptsache flach schleift alles und fährt kein meter mehr so ungefähr ne genau sondern halt passt und genau das ist nämlich auch der grund wo wir mal anfangen wir fangen einfach mal mit dem innenraum an ach so okay wir machen wir mal ganz anders wir verraten mal gleich am anfang wie viel ps das ding hat vor zwei wochen abgestimmt bei tilmann rs klinik gleich bei uns luftlinie 300 meter omecke genau auf 389 mit superplus so 389 ps in dem t3 600 meter plus t liger s klinik der eine oder andere wird sich jetzt vielleicht denken was da drin sein könnte bestimmt bmw motor wollte ich gerade sagen aber das gucken wir uns mal später an so wie du schon sagt es hat muss bei dir alles machen und fuß haben genau so aber auch wenn du jetzt mal rein filmst ich gucke hier mal runter das geht glaube ich dann am besten ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll bei diesem auto weil alleine schon wenn man hier rein guckt sieht das ding halt auf den ersten blick schon mal aus wirklich wie neu also wirklich sitzt teppich einstiege auch so die ganzen scharniere kunststoffteile das ist halt schon krass die sitze sind tatsächlich neu also die stecken jetzt gerade vier wochen drin okay ja so sehen sie noch einfach aus der letzte step jetzt gerade so vom innenraum der mir noch so gefehlt hat ja krass wurde der hast du den komplett durch restauriert und neu lackiert und so weiter den habe ich lackiert gekauft der war vorher so eine art boogie style hoch stahl felgen stahl stoßstangen ganz unscheinbar hat den fünf zylinder drin 136 ps kennt jeder so und ja ich habe dann weil ich so ein projekt im kopf hatte und gedacht habe mensch diese karosse bietet sich an ist ein bundes grenzschutz zwei schiebetüren große stahl schiebedach sieht auf dem treffen geil aus wenn ihr die hütte komplett aufreißt okay ich reiße mal einmal die tür ja was man auf den ersten blick auch nicht gleich sieht also mir fällt jetzt gerade erst zumindest auf ist die zweifarbige mit dem schwarz matt glaube ich fängt gar nicht so krass auf weil wegen der druck entscheidung oder dass du es deswegen aber ist eigentlich gut weil man denkt irgendwie wäre so ein bisschen plastik mäßig okay so bundes grenzschutz auto hatte zwei türen genau und große stahl schiebetach im besten fall weil da panorama dach hier die baulier ist das 89 90 weil die ihre funk masten angeblich daraus ok also was so weiß ich nicht genau was die damit alles gemacht haben weiß ich nicht aber ich habe hier auch halter noch die habe ich auch gelassen falls sie noch ein paar verrückte ideen habe habe ich die vorsichtshalber gelassen also es kann sein dass die ihre funktür mehr aufgestellt haben was auch immer irgendwas haben die durchs dach gedrückt du hast die halter jetzt aber gelassen weil du nicht weißt ob du da auch irgendwas hinstellen willst oder kann man da auch eine bank oder so darauf festmachen der bank nicht das ist anders angeordnet aber ich habe vielleicht zum beispiel an den dritten sitz gedacht der vielleicht ganz cool wäre hier in der mitte dass der dritte dadurch guckt was auch immer ich habe es einfach noch nicht weg gemacht weil weg dann weg und ich dachte versteckse mit dem teppich da wäre jetzt natürlich mal cool aber ich glaube sowas gibt es von rekar war auch noch nicht so in diesem retro stil also retro sportlich stil eine art rücksitz bank irgendwie was in der richtung weißt du so wie die diese die e 190 hatten ja diese diese doppel rücksitz bank wo die sitze so ausgeprägt waren oder 190 doch das war e 190 bmw hatte das auch glaube ich so ich kenne das vom e 190 wir hatten wirklich dann wie zwei einzelsitze in der rücksitz bank aber sowas könnte ich mir auch geil ja um diese idee halt nicht zu verwerfen weil ich eigentlich immer sage hier das ist kein 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 taxi also ich sitze maximal mit mit einem kumpel eigentlich eher mit meiner frau da drin das ding fährt auch kein anderer und du kriegst ja öfter gesprochen kannst du mal mit mir eine runde drehen das ist für manche leute mache ich das die setze ich da hin aber ich knall dir nicht noch zwei sitze rein und und fahr hier die ganze zeit leute sonst hätte ich das taxischild noch mal ausgekramt ja ist ja auch ist ja auch cool aber krasses finde ich da sieht man mal das gefühlt ist ja in dem t3 fast mehr platz als in den aktuellen t5 und t6 wenn man das so von innen sieht ja weil einfach so wenig platz nach außen von der wand stärker verloren geht genau man empfiehlt nur die höhe ne stimmt ja also ein bisschen flacher du hast ja ich habe absichtlich hier schluss gemacht normalerweise geht die sitzbank ja bis hier so sage ich mal die schräge die eigentlich da ist was wir gleich sehen die weg ist ist hier und der motor sitzt natürlich hinten das ist auch so eine sache warum diese karosse halt so geil war weil der innenraum ist für den arsch also wenn du jetzt ich sag's jetzt mal so mittelmotor umbau machst ist der innenraum verloren also es gibt leute die auch das noch umgebaut haben für eine sitzecke aber das war für mich wirklich nicht mehr relevant aber auf jeden fall sympathisch einen t3 als weise zu fahren ist mal ein coupé cabrio alles in allem so ok jetzt sagtest du das muss alles komplett so deswegen sehen wir hier nämlich auch xxl bremse ich würde mal sagen acht kolben das ist dann mit r8 scheibe oder wer ist für eine scheibe ist das ja das genau 365 jetzt muss ich lügen 22 ja durchmesser 34 von der stärke 34 34 die dicke der scheibe ja schon hast recht 34 meine ich oder 32 32 oder 34 ja ich habe jetzt auch nicht so im kopf witzigerweise auch im feton verbaut also ich habe den ganzen feton gekauft nur für die bremse da waren die dann ganz oft aber nicht gelocht und so die hatten dann auch mal nicht gelochte scheiben und so ja 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 krasser da ist natürlich auch eine bremse für den bus so und jetzt sehen wir nämlich die baustelle hattest du mir noch gerade von erzählt einen neuen bremskraftverstärker genau der bremskraftverstärker auch vom a8 doppelkolben ist natürlich ja pflicht bei der bremse sag ich mal lustigerweise passt das aber plack und play nahezu der bremskraftverstärker auf dem pedal bock vom t3 also das die gimmick dahinter ist alles t3 und der verstärker und alles was man quasi sieht ist vom a8 ich sehe also ich bin ja absolut kein kein bus schrauber sage ich jetzt mal ja und ich feiere ja gerade schon diese umlenkung dass du mehr oder weniger bremskraftverstärker auf dich zu hast ja aber die auch niemals so jetzt sogar nachgedacht dass der bremskraftverstärker da so unter dem armaturenbrett sitzt ich niemals bei dieser variante ist es auch so dass du kein t3 darum erfahren kannst weil das einfach so viel aufbaut das ist alles sonst viel tiefer drin und der tacho vom t3 ist auch ziemlich groß das passt da gar nicht mehr und deswegen war ich jetzt wie man hier sieht den s4 tacho alles ein bisschen verschönert oder umgebaut verkleidet und trägt nach hinten nicht so viel auf so da sind wir jetzt auch jetzt kann ich mir natürlich nicht mehr verkneifen man kann sich natürlich denken wenn da ein s4 tacho drin ist und wir haben bei tilli war dann liegt ja eigentlich ziemlich nahe was hier wahrscheinlich hinten runter ist und siehe da tatsächlich ein v6 video genau krass wäre eigentlich auch so mein traummotor für mein bus ja ich weiß nicht wie lange das wie lange das gut gehen würde wenn ich in dem bus so motor hätte brutal okay das heißt hier ist einmal s4 v6 technik aber jetzt als mittelmotor drin ganz genau so das heißt da schlummert auch dann dementsprechend einen eigentlichen frontangetriebenes getriebe drin zwei wd ja ich habe angefangen mit dem v6 2 5er tdi getriebe das war aber so lang dass der von der drehzahl immer so tief war dass der aber mit dem ladedruck dagegen gestoßen ist und ich immer so verspannungen auf dem antriebsstrang hatte jetzt ist es aktuell vom 1 8 t 0 3 0 4er baujahr letzte 0 1 e getriebe und wesentlich kurz also der macht jetzt weil mit den tdi getrieben die bin ich zum schluss auch gefahren dann wäre das halt so ein bus mit der dreifen kombination der dann so halt im fünften gang 330 oder so fährt ja genau t3 natürlich jetzt nicht unbedingt also zum cruisen im sechsten gang hatte ich bei 180 irgendwie knapp über 2000 umdrehungen ausgefahren oder ausfahren konnte ich nur noch im vierten gang im fünften gang ist das schon wieder langsamer geworden wegen dem windwiderstand also was ich auf jeden fall sieht auf jeden fall schon mal extrem sauber alles aus und irgendwie ist das ja tatsächlich ich will jetzt nicht sagen so wie als wenn es hier ursprünglich drin war aber sieht schon irgendwie passig aus alles wie bist du darauf gekommen genau den motor zu nehmen also gang und gäbe im t3 ist ja ein v8 die jungs aus havelberg die machen das ja auch ja also du kannst das dein auto da ja in auftrag geben t3 und ja wie ich darauf gekommen ich bin früher audi gefahren gerne fünf zylinder s2 coupé s6 hatte ich alles und ja ich wollte irgendwas ich will immer gerne was was nicht jeder hat und bin irgendwie auf diesen motor gestoßen und der fünf zylinder der hier drin war aber auch schon als mittelmotor so drin nein der war hinten das geht so am seriengetriebe das heißt er war dann quer eingebaut auch längs echt das geht ich gedacht er guckt ein halben meter hinten raus dass das kein problem das geht okay ja okay aber das muss ja auch wirklich eigentlich dann nicht schlecht fahren weil der motor so vor der hinterachse genau wir haben eine achsverteilung vom gewicht der fast 50 50 und ich bin vorab dann mal ein mittelmotor umbau gefahren und habe mich halt von diesem leichten gokart feeling sehr überraschen lassen weil das ding wirklich es fährt schöner und man hat vernünftige motorlager das geht auch wenn der motor hinten sitzt aber das ist es ist immer ein gerappel weil du nie richtige hydro lager da rein kriegst ja klar das ist jetzt aber alles weg das ist jetzt alles schön mit den mit den s4 lagern wie hat tigli so geguckt als das ding gesehen habe ich vermute mal das war auch das erste den ersten v6 den er im bus abgestimmt hat so ungefähr also ich war ja vor zwei jahren da da haben wir die grundleistung aufgenommen und er dachte ja komm mal rum ich pack dir da mal eben ein bisschen leistung drauf und fährst wieder nach hause dann ist erstmal eine halbe stunde um das auto rum gerannt und fand das ganz geil dann hat er beim fahren aber gemerkt dass der windwiderstand die wärme hier drin und noch so ein paar andere faktoren so dagegen spielen dass wir dem nicht einfach leistung auf den kopf drücken konnten weil die werte völlig durch die decke gegangen sind abgas temperatur ansaug lufttemperatur dann hatte ich auch schlechten sprit getankt und dann haben wir eigentlich nur eine eingangsmessung gemacht festgestellt 265 liegen an das war mir schon mal ganz wichtig und dann bin ich nach hause gefahren okay aber kommt hier echt so eine wärme noch aus hätte ich gar nicht gedacht also ich habe jetzt auch durch das abstimmen ist auch wieder herausgekommen dass abgas temperatur ist ein richtiges problem also ich habe ich habe ja hier den luftfilterkasten da kann man auch noch aufmachen und da ist mein rohr und der saugt hinten im ohr an mit halbem ram her hier und dazu kommt ja noch umso länger ich fahre umso wärmer wird es hier drin die ganze bude wird warm und wir gehen über 40 45 grad ansaug lufttemperatur vor zwei wochen bei 15 grad außenthal montieren cool krass aber schön alles mit original luftfilterkasten und so weiter gebaut so und lade luftkühler das wäre jetzt der nächste punkt gewesen kann man den ja auch ja das wäre jetzt die frage gewesen ob man hier irgendwie in luft luftkühler reinkriegt aber da sieht man natürlich schnell wie will man hier jetzt noch luftstrom reinkriegen das wäre ja wenn dann nur irgendwie hinten liegend oder irgendwie so genau ich habe auch schon varianten gesehen am unterboden mit luftleitblechen dass sie die anströmen und da bist du dann relativ schnell auf die idee kommen einfach ein wasserlade luftkühler zu machen genau so das heißt hierfür brauchen wir einen zweiten wasserkreislauf ganz genau dann wahrscheinlich dieser ist ja einen zweiten wasserkreislauf das auch wieder ein problem darstellt weil im t3 wenig platz ich habe quasi jetzt vorne in der frontform wasserkühler noch einen zweiten der jetzt aktuell wahrscheinlich noch ein bisschen klein ist ich muss mal gucken dass mir jemand vielleicht auf maß 9 baut das heißt einmal komplett vom hauptmotor das kühlwasser bis nach vorne und wieder zurück und das gleiche quasi von lade luftkühler auch noch ganz genau funktioniert das jetzt für mich rein interesse halber weil es genau mein motor so ist mit der originalen wasserpumpe geht das ist sie stark genug dass sie das so zirkulieren lässt oder hast du eine zusätzliche pumpe noch mal eingebaut nein ich fahre die wasserpumpe vom motor die reicht ok krass und und natürlich für den wasserkreislauf habe ich eine externe unterm auto also die beiden wasserkreisläufe haben nichts miteinander zu tun und was hast du an diesem motor jetzt noch alles dann gemacht oder einfach komplett erstmal reingehangen und erstmal hauptsache läuft alles und dann geht es weiter ich habe einen verunfallten s4 agb gekauft und habe den erstmal reingehängt weil so ein projekt natürlich auch kohle verschlingt und ich ja vor vier jahren auch noch nicht so weit war jetzt arbeite ich auch bei ng da hast du ja auch ein bisschen mehr connection oder ideen ich habe den stumpf alle verrückten auf einem hauen genau ich habe den stumpf da reingehängt und habe dann auch festgestellt dass der an sämtlichen stellen ölte dass die turbolader gebläut haben und dann kam eins zum anderen und dann habe ich jemanden kennengelernt der so eine motoren aufbaut und in seiner auto steckt ich habe von dem aber eigentlich nur teile kaufen wollen und er hat genau diesen motor für sich fertig gemacht hat dann das aber das projekt überworfen und ich habe ihm den motor so wie er es abgekauft komplett durchgeschraubt also der hat den komplett zerlegt alles was verschlissen war neu wieder zusammen hier ist auch nichts größer gemacht oder das ist ein serien agb mit etwas größeren mischladern vor aber trotzdem k03 ja und habe den ihm abgekauft hier reingehängt und ja das heißt dann seid ihr ja mit knappen 400 ps schon richtig gut dabei eigentlich das ist dann schon richtig stark so für noch die kleinen turbos in ein bisschen größer wie ist das wo wie muss ich mir jetzt gerade vorstellen die hinterachse von den dingen ist das irgendwie noch die alte hinterachse wo jetzt hier ein motorgetriebe drauf liegt das geht das ist nur wir gucken von hinten rein nur adaptiert okay ja hast auf jeden fall eine schöne eine schöne fußbodenheizung sage ich jetzt mal nach einer anreise irgendwo dir überlegst hier drauf zu schlafen dann stehst du gut ein das wird noch nach ja das problem ist ich habe da nicht so den plan von den t3s da ist ja fast platz für noch ein motor als erstes wirst du ja sagen geil wie schnell kann ich denn hier die turbos wechseln ja das ist genau ist halt genau verkehrt rum wie wie sonst so also du siehst die hinterachschwingen laufen da links und rechts hier haben wir die antriebswellen das ist dann irgendwas gebaut ist die antriebswellen das ist eine sonderanfertigung ja das ist von den jungs aus havelberg die die v8 damit bestücken und dann ist eigentlich nur hier unter eine strebe gekommen der jetzt das getriebe abfängt und die motorlage das sieht man jetzt schlecht sitzen links und rechts auf dem grundrahmen vom t3 selbst geschweißte halter motorlager drauf motor sitzt fertig krass und eigentlich ist hier der motorraum zu ende vom t3 also der motor krass hätte ich niemals gedacht dass der 15 in der längs hier noch so also hier waren minimal wenn man hier mal guckt hier war minimal eingeschnitten für das ja hier kommt das wort dämmung da noch mal ganz neu ganz neu ganz eine ganz neue wertigkeit aber klar da zieht natürlich gut temperatur hoch ja also das ist auch erst mal wegen wegen auch wegen brandgefahr und dämmung klar kannst du nicht genug haben die leute fragen mich immer ist das laut t3 fahren ist eh laut wie man vorne auch sieht habe ich auch überall alubetyl da an die bleche geklatscht auch die ganze karre hier von innen voll entweder bist du t3 fahrer oder nicht dann nimmst du das in kauf es ist aber erträglich also wir können noch bei 160 auf der bahn noch miteinander quatschen es ist halt nur etwas lauter und was wiegt das auto habt ihr bei tilly gemessen ja 1750 leer und gemessen dann mit uns beiden vollen tank 1950 ok krass hätte ich jetzt gedacht viel viel schwerer wirklich weil du musst dir überlegen nimmst du ein gut ausgestatteten s4 kombi mit dem motor ja wiegt der auch schon 1600 kilo ok da ist nicht das ganze auto mit dem matten voll da ist nicht dieser ausbau drin und so weiter klar da ist vielleicht noch mal na wie na wie mehr drin oder so aber das macht den kur ja auch nicht fett also da finde ich schon dafür dass hier leichtbau bisher noch gar nicht betrieben wurde außer dass halt keine mittlere bank drin ist so ungefähr ja stimmt viel edelstahl verbaut ist und so weiter für ich das schon nicht schwer und ich bin dann mal gespannt was du sagst wenn wir dann mal eine runde fahren weil ich auch tillmann hat also der hat wirklich geschmunzelt irgendwann das war er sagt du denkst das ist ein t3 aber du siehst ihm die leistung nicht an und dann schiebt er auf der dritten spur schon so dass das wirklich den laune macht was hat so ein t3 normalerweise an leistung geht los bei 54 ps 1 6er sauger 50 ps und maximal im 2 1er wasser boxer 112 ps früher wobei hier glaube ich ist noch das krassere mit den kleinen k03 turboladern dann der v6 wird das ding ja garantiert auch schon 600 newtonmeter haben und 600 newtonmeter die relativ früh kommen die dann so bei zweieinhalb oder so da sind wird das ding halt schon unten raus richtig kräftig anschieben also wir haben auch beim abstimmen beim fahren wir sind ja wirklich vier stunden durch die gegend gefahren mit tillmann auf dem beifahrersitz die drehmomentkurve geht wirklich recht zügig los was ich sehr gut finde also ich bin jetzt keiner der jeden gang bis sieben zieht ja also ich schalte so bei fünf fünfeinhalb und ich habe auch bei jetzt muss ich lügen fünf so in dem dreh fünf zwei mein maximales drehmoment anliegen und das ist halt bei diesen man vertut sich wirklich was dieser windwiderstand mit diesem auto macht also bei 230 gehen auch wirklich irgendwann die türen oben auf und du siehst die sonne das heißt mit knapp 400 ps müsste der trotzdem theoretisch schon so ich sag mal so 2 60 2 70 müsste da eigentlich fahren bestimmt vielleicht sogar ein richtig 2 80 oder so das getriebe ist einfach zu kurz also ist das jetzt so kurz das ist so kurz der gast wirklich an ich brauche auch nicht mehr runterschalten im sechsten ist es auch wirklich so dass du noch nix wenn ich durchtrete aber so bei 230 ist 230 240 aber mit würgen dann ist feierabend krass okay ja hier sieht man so ein bisschen die 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 wasserleitung wie sie dann einmal nach vorne gehen genau die beiden vorlauf rücklauf aktuell das ist auch so dass mich die ansicht von hier hinten noch nicht so ganz befriedigt daher will ich auch noch so ein bisschen was mit hitzeschutz betreiben ja man sieht auf jeden fall dass du auch schon stark so detailverliebt ist und das halt alles schon akkurat ordentlich sein muss alle klipse so alles gerade genau und nicht so hauptsache fährt ja also ich bin immer wieder am optimieren ich es gibt auch so tage da ist das auto auf der bühne ich sitze mit einem pilz und rollstuhl unter dem auto und gucke mir einfach eine bestimmte stelle an und gucke wie kann ich das jetzt noch schöner machen ich bin glaube ich drei tage unter dem auto hergerollt und habe einfach nur leitung anders verlegt oder schöner gemacht mit kabelbinder schellen weil mir das nicht gefallen hat weil ich doch überlegt hast geht geiler genau und ich habe ich hasse es liegen zu bleiben also weiteste strecke war jetzt fehmann zum treffen ich hasse das da kriege ich so schlechte laune das muss laufen also da rede ich dann von von leitung die irgendwo scheuern wo ich keine lust drauf habe die dann durch scheuern wie was hat der für ein tank wie viel gehen da rein 55 das heißt so drei vier kilometer kommst ja locker mit dem ding auf jeden fall immer ja wenn du jetzt feuer machst also 300 in das feuer ja jetzt natürlich wenn du jetzt kapelle was die ganze zeit ist es geht natürlich durch so ein s4 dann auch gut was durch genau aber ich glaube auch dass dieser step mit den k03 für diesen motor k03 sind immer die serienmäßigen s4 lader auf jeden fall richtig ist weil ich glaube schon dass das gerade für dich wenn du sagst du drehst nicht so weit schon das geilste konzept ist so weil was bringt es dir wenn jetzt tausend umdrehen später das gleiche drehungen anliegt wenn du eh eher so dieser unten aus fahrer so bist genau thema schaltung ist komplett umgebaut auf seilzug ja richtig das heißt die seile gehen logischerweise bis vorne zum schifter eigentlich ja genau krass dann ein seil quasi für die gasse und ein seil für genau dabei ist das witzige wir haben ja quasi vier lagen also das ist ein sechsgang mit rückwärtsgang und ich bin aber vorne in der t3 kulisse also die sind richtig knackig nebeneinander als ungeübter wenn du dich reinsetzt bist du permanent vom ersten ja runter in zweiten und gehst hoch in dritten bist aber dann schon im fünften weil die so knapp nebeneinander liegen das musste wirklich üben aber wenn es dann drauf hast dann ist das echt geil und ein bisschen anpassen dass ein bisschen mehr luft dazwischen das wollte da nicht also du willst jetzt wird es ja schon so knapp geht nicht also weil der unten der hat unten so einen komischen kasten weil du kommst mit dem hebel schon an den anschlag links also es würde gar nichts bringen jetzt hier das hebelverhältnis am getriebe zu verändern genau und vorne reichen platz hast genau dieser schifter ist ja auch in so eine produktion aus amerika und der verkürzt ja schon mal die gänge durch so eine bestimmte bauform die unten drunter herrscht aber trotzdem sind die gänge recht lang also die schaltwege ne es ist wirklich busfahrer für ihn trotzdem noch wie kommt das was mich jetzt noch so als letztes interessiert wie kommt das auto in der busszene so an ist das schon recht bekannt oder oder noch dadurch dass er jetzt gerade erst fertig ist war es noch gar nicht so viel mit unterwegs man ist ja schon eigentlich unter den unter den t3 jungs musste da eigentlich schon recht weit vorne sein eigentlich ja also ich würde sagen bekannt bin ich kriegt man selber wahrscheinlich immer schlecht mit ich bin auch witzigerweise erst seit einem halben jahr bei insta aber egal wo ich hinkomme mehr oder weniger wird über das auto gesprochen und wurde auch schon während das gebaut wurde weil die leute doch schon viel reden oder sich auch dafür interessieren was ist so der leistungsstärkste t3 der dir bekannt ist weil die ganzen vorachtigungen die du mal ansprichst die bauen als sauger oder als bitobro rein als sauger es gibt auch kompressoren bauten weil das sind ja sorry wenn ich das sage das sind ja gegenüber sowas tote runde so ungefähr weiß ich nicht die fahren auch alle durch die bank automatik ne also ich sag mal selbst mein rs4 b7 kombi der ja schon den neuesten v8 als hochdrehzahlenmotor weiter hat der hat halt keine 600 jm das heißt gerade im bus wurde so schön einfach mal dritte welle unten raus oder so fährst also der stärkste t3 würde ich jetzt sagen ist der w12 von ron mit dem 6 liter leistung weiß ich gar nicht was er hat ja aber selbst wenn der gut lauft das hat er vielleicht verwundert ja genau da ist aber wirklich wo wir wieder beim windwiderstand sind dieser hubraum der schiebt das ding wirklich ich habe jetzt keine daten aber ich weiß von werten über 250 durch die sitzt da mit vier mann drin und der koffer schiebt durchgehen ne ich wollte gerade hier wieder sagen hubraum statt wurmraum aber bei dem hast du dann tatsächlich beides tja sau cool feiere ich auf jeden fall macht halt spaß ne würde ich die würde ich nur unser mitmachen weiß ich gerade weil der der motor ist so der du hast ja den motor jetzt in anführungsstrichen mit 400 ps zwar definitiv erst mal 100 prozent sinnvoll gebaut aber man hat ihn ja damit auch quasi gerade erst mal so zum leben erweckt weil das ist ja eigentlich ein motor 5 600 können die ja schon können die ja schon gut ja natürlich nicht mehr mit den ladern das heißt alles was du jetzt noch oben drauf legst wird die charakteristik komplett erinnern das muss man in dem moment dann halt wollen genau also erstmal möchte ich dass das ding standfest ist ich werde jetzt noch so ein paar sachen ausmerzen irgendwie gefällt mir das noch nicht mit der ansaugt seite also dieser lange weg das ist ja das ist ja einfach fürchterlich und und die warme luft vom motor die drückt ja auch hier rein er zieht sich quasi daher auch gleichzeitig wieder weg ich habe aber noch keine lösung gefunden der ist jetzt abgestimmt auf 1,3 war fällt aber auch umso wärmer wird umso weiter ab also wir waren dann hinterher irgendwie nur noch bei 1,1 bar sind dann aber auch drei stunden vollgas gefahren und dann ist das wirklich knacke warm ja klar das glüht komplett also ich könnte mir auch vorstellen dass dann irgendwann vielleicht der wasserkreislauf für den ladelfkühler auch schon anfängt zu warm zu werden genau das sind alles so sachen man kann das ja jetzt natürlich auf spitze treiben du setzt überall fühler rein vorher nachher mit mist die blöcke mal sehen wie weit ich da so lust zu habe ich glaube was ein konzept wäre was tatsächlich funktionieren könnte ist du nimmst den wasserkreislauf von vorne wieder weg für den ladelfkühler und machst nur den wasserkühler dafür hinten hin vielleicht sogar links rechts ja und packst da so richtig fette lüfter drauf dass du gar nicht diesen wasserkreislauf gar nicht unbedingt durch den fadwind kühlst sondern einfach durch lüfter die richtig was können die von oben durchblasen dass die luft unten weg kann dass du da einfach über die lüfter dauerhaft diesen wasserhaushalt runter kühlst auf keine ahnung 25 grad das ist ja gar nicht unbedingt von vorne auf den fadwind angewiesen ist ja das ist zum beispiel auch eine möglichkeit weil man dann nämlich dann hat man immer den vorteil dass du diesen wasserkreislauf auch runter kühlen kannst während du eigentlich gar keine last ab fragt während du halt so ein bisschen nur durch ortschaft schipperst bevor du wieder ein latsch kannst du lüfter laufen lassen und kühlt das wirklich komplett runter auf 20 grad oder so und dann geht es wieder geht es wieder los das habe ich jetzt schon ganz oft gemerkt dass man diese die wasserkühler für den ladeluft kühler wirklich gar nicht unbedingt im fadwind platzieren muss und wenn man da starke lüfter hat die richtig was können ja kann sowas auch funktionieren weil du natürlich immer den nachteil hast der wasserkühler dahinter mit 90 grad 100 grad die v6 machen ja brutal viel wärme ich weiß nicht wie viel wassertemperatur hat der beim fahren temperatur top ich habe ja also in summe fünf kühler hier drin öl zweimal wasser zweimal ladeluft und ich fahr mit ich weiß gar nicht öl temperatur 80 grad wasser also habe ich der steht auf 90 der steht weil der die wasserkühler sitzen ja davor wahrscheinlich noch mal das heißt sie kriegen ja auch so ein bisschen strahlwärme die ganze zeit ab von den 90 grad vom eigentlichen wasser und dadurch erhitzen die sich natürlich auch recht bei der dakar in der wüste da machen die das ja auch so dass die lüfter beziehungsweise ja genau dass die lüfter hinten auf der fläche sitzen ja dass sie da dauerhaft richtig das wird mit wasser also mit dem hauptwasserkreislauf wird das glaube ich nicht so gut funktionieren wenn du hinten welche reinmachen würdest mit lufter aber für den ladeluft kreislauf funktioniert das manchmal ganz gut nee also wassertemperatur ist top der steht auf seinen 90 und das ist ja auch wahnsinn dieser motor ist ja so geil ich fahre hier aus dem ort raus und der hat schon seine 90 grad ich fahre zehn kilometer warm bis er seine öltemperatur hat und dann kriegt er vor aus dem auto hier ist übrigens auch eine lüftung hinter kommt von vom motorraum bis hinten raus ja so ich würde sagen haben wir die technik einmal so weit durch ja wir können jetzt leider noch nicht sofort losfahren weil kein amateur mehr drin ist freue mich aber auf jeden fall auf die fahrt und ihr könnt euch auf einen zweiten teil freuen wo wir hoffentlich eine kleine runde drin ich freue mich sehr schön ich mich auch nur doch am dritten sitz einbauen oder du liegst da hinten so so drin ja dann auf jeden fall danke schon mal dass wir das auto vorstellen dürfen gerne und ich freue mich auch bis zum nächsten mal ja ja Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.